So, du hast gesagt, ich würde es nicht schaffen, aber ich habe gerade das beste Lied der Welt geschrieben. Lies dir mal den Text durch. Ich habe doch nie behauptet, dass du nicht das beste Lied der Welt schreiben könntest. Lies einfach den Text. Fine. Lies den Text! Löschen. Die zweite Seite. Ja, aber das ist doch... Der Bademantelmann hat nen Lied. Der Bademantelmann hat nen Bademantel an, weil man so nen Bademantel eigentlich gut tragen kann. Der Bademantelmann macht das Badewasser an, weil man ohne Badewasser gar nicht richtig baden kann. Der Bademantelmann hat jetzt gerade gar nichts an, weil so nen Mantel in der Wanne ziemlich schnell nass werden kann. Der Bademantelmann zieht nen Bademantel an, weil das Tragen nach dem Baden irgendwie Sinn machen kann. Der Bademantelmann hat jetzt einen Bademantel an, weil man ja nicht immer nur nen Bademantel tragen kann. Der Bademantelmann kommt jetzt gleich zu Hause an, dann zieht der Bademantelmann erstmal nen Bademantel an. Der Bademantelmann ist einola und Anage nicht zu Hause. Der Bademantelmann macht die Mikrowelle an, damit der Bademantelmann gleich mal was Warmes essen kann. Der Bademantelmann zieht jetzt nen Pyjama an, weil man den zum Schafen besser als nen Mantel tragen kann. Der Bademantelmann trägt vom Mantelbademann, das ist der Mann, der nicht nur sich, sondern auch Mäntel baden kann. Der Bademantelmann und der Mantelbademann sind Freunde, weil der Mantelbademann den Bademantel vom Bademantelmann bat. Und? Was sagst du? Ich bitte um eine ehrliche Antwort. Ich fand's immer noch scheiße.